hallo liebe freunde ein herzliches hallo auf unserem kanal und basti heute zeige ich euch mal einen ganz tollen live her kennt ja jeder das problem man hat das handy wie scheiße man filmt oder irgendwas gucken geht nicht und jetzt haben wir was aus der vintage kiste gekramt das kennt man vielleicht noch als kassettenhülle ja kann man andersrum aufklappen und dann guck mal hier ein wunderbarer live stabil sicher